Herzlich willkommen und nochmal von meiner Seite. Wir haben uns schon alle, glaube ich, mal gesehen, beziehungsweise alle haben uns oder mich auf jeden Fall schon mal gehört. Kurz zu mir, mein Name ist Ingo Becker. Wie gesagt, wir kennen uns, glaube ich, die allermeisten schon, zumindest vom Telefon. Ich bin hier bei der A&M, der Kundensupporter, einer der Kundensupporter. Das heißt, mein Tag besteht eigentlich daraus, dass ich mir anschaue, okay, was machen wir so für Werbeanzeigen, wie läuft das? Und dann spreche ich mit euch darüber und wir optimieren das Ganze zusammen. Und für heute hat der Alex, beziehungsweise der Marvin mir aufgetragen, mal so ein bisschen darüber zu reden, was funktioniert überhaupt gut im Marketing? Dass ich euch so ein paar Beispiele auch an die Hand geben kann. Ihr fragt euch jetzt vielleicht gut, warum sollt ihr das jetzt wissen? Weil letzten Endes machen wir das für euch. Aber Sinn dahinter ist, und da komme ich gleich auch nochmal zu, dass ihr uns natürlich Input geben könnt. Also für alles, was ich euch heute zeigen werde, gilt Folgendes. Ihr müsst uns natürlich fachlichen Input geben. So, wenn ich euch jetzt eine Werbeanzeige zeige und sage, hey, pass auf, so haben wir das gemacht, so kann das funktionieren, brauchen wir natürlich von euch Ideen in Zukunft. Wie kann man das für euch umsetzen? Und das gucken wir uns einfach mal an. Wenn Fragen sind, wir haben, ich glaube, deutlich mehr Zeit, als wir brauchen, werden einfach gerne stellen. Können wir uns alles jederzeit anschauen. So, mein Klicker funktioniert, das ist schon mal gut. Ich will euch vielleicht erstmal darüber informieren, beziehungsweise aufklären, warum sind Werbeanzeigen wichtig oder warum sollte man sich darüber Gedanken machen? So, eine Sache, die ihr mit Sicherheit auch mitkommt, das ist genauso, wie das uns auch geht. Nutzer sehen aktuell immer mehr Werbeanzeigen. Vielleicht seht ihr das privat auch, aber es ist halt so, der Nutzer da draußen hat jetzt Facebook, TikTok, Instagram, verschiedenste Plattformen und am Tag ist so eine ungefähre Statistik, scrollt so ein durchschnittlicher Nutzer etwa 90 Meter Social Media Feed durch. Das ist ein bisschen weniger als ein Fußballfeld, kann man sich vorstellen, wenn jetzt so eine Werbeanzeige ein paar Zentimeter groß ist, fragt ihr euch, fragen wir uns okay, wie schafft man es da aus der Masse rauszustechen. Das heißt, das ist schon mal der erste Punkt. Zweiter Punkt, 10 Zentimeter so, kann man sich ungefähr ausrechnen, wie viele Werbeanzeigen das am Tag sind. Das, was damit einhergeht, der zweite Punkt ist, diese Entscheidungswege werden immer schneller. Das heißt, wir haben nicht mehr die Möglichkeit oder nicht mehr viele Möglichkeiten auf so einer Werbeanzeige, den Nutzer groß über irgendwas zu informieren, beziehungsweise ihnen jetzt großartig Dinge zu erklären, weil entweder gefällt ihm das, was er in 0,1 Sekunden sieht oder eben nicht. Der dritte Punkt, die Werbeanzeige, Werbeanzeigen müssen sich abheben, genau wie das Unternehmen. Was meine ich damit? Ich denke mal, jeder von euch, ob jetzt in der Mitarbeitergewinnung oder in der Neukundengewinnung, ist der Meinung, dass er sich von den Konkurrenten ablegt. Das sollte zumindest jeder von sich denken, beziehungsweise das auch leben und umsetzen. Jetzt ist es allerdings so, dass oft, wenn ich das jetzt in den Werbeanzeigen versuche, wiederzuspiegeln, das halt nicht funktioniert. Und das ist genau das, was ich meine. Wir brauchen in Zukunft von unseren Partnern Futter, um diese Werbeanzeigen mit Leben zu füllen. Wie gesagt, wie das nachher aussieht, schauen wir uns dann gerne nochmal in der Realität an. Und der vierte Punkt ist, genau, darf man auch nicht vergessen, die Nutzer sind halt heutzutage ein bisschen überflutet mit Werbung. Das heißt, wenn ich jetzt meinetwegen gelernter Anlagenmechaniker bin, ich bin gelernter Wintergartenmonteur, ich bin gelernter was auch immer, dann werde ich am Tag drei bis vier Werbeanzeigen von unterschiedlichen Betrieben bekommen, die mich als Mitarbeiter gewinnen wollen. Das heißt, die Leute da draußen, die haben jetzt nicht mehr das Problem, dass sie sagen, okay, ich brauche jetzt Arbeit, sondern die haben eher das Problem, ich weiß gar nicht, wofür soll ich mich interessieren. Das heißt, die werden nicht mehr selber die Recherche auf sich nehmen und sagen, okay, ich gucke mir dieses Unternehmen jetzt mal genauer an, wenn es dafür keinen Grund gibt. Und das sind so Dinge, die muss man auf jeden Fall übernehmen, wenn man jetzt über Werbung nachdenkt. Das, wie gesagt, werden wir uns jetzt mal in der Praxis anschauen. Ich habe gute Nachrichten für euch, weil wir bei der A&M haben uns natürlich in den letzten Jahren gefragt, was sind unsere erfolgreichsten Werbeanzeigen, damit wir es halt selber nutzen können für unsere Werbung, um das im besten Falle zu duplizieren. Und das, was daraus geworden ist, beziehungsweise die Essenz daraus, zeige ich euch jetzt auf diesem Knopfdruck. So. Ich hoffe, leider, ich glaube, mit der Umsetzung kann man das vielleicht nicht manchmal gut erkennen, beziehungsweise ist es ein bisschen unscharf, aber ich denke, wenn ich ein bisschen was dazu sage, kann man das ganz gut erkennen. Wir werden zuerst über das Thema Mitarbeitergewinnung sprechen, beziehungsweise habe ich Beispiele für euch rausgesucht und auch natürlich die Gründe, warum diese Mitarbeiteranzeigen besonders gut funktioniert haben. Man kann diese Sachen jetzt adaptieren für eigentlich jeden Bereich. Ich habe jetzt einfach geguckt, dass ich ein bisschen Mischung reingebracht habe, aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. Und die erste Kategorie für das Thema Mitarbeitergewinnung sind authentische und arbeitsnahe Werbeanzeigen. Ist eigentlich völlig klar, was damit gemeint ist. Wir sehen das hier. Wir haben Personen abgebildet, die letzten Endes den Job ausführen, den wir suchen. Ist ganz simpel. Klar, ich sage mal, so eine Gestaltung, müsst ihr euch nicht drum kümmern. Aber wenn solche Bilder von der Baustelle existieren in eurem Bereich, dann ist das wunderbar. Warum komme ich später noch zu, beziehungsweise ist eigentlich klar, es geht bei Werbung um Relevanz. Wenn eine Werbung relevant ist, funktioniert sie. Wenn sie nicht relevant ist, funktioniert sie nicht. Wenn du, Markus, eine Werbung siehst, wo draufsteht, Markus Kuhn hat aufgepasst, ist völlig egal, was dahinter steht, man wird draufklicken. Wenn ich eine Werbung sehe, wo draufsteht, Nico Becker aufgepasst, ist natürlich ein Extrembeispiel. Ich werde aber draufklicken. Das heißt, wenn ich irgendwas sehe, was jetzt meinem aktuellen Arbeitsalltag entspricht, dann werde ich da draufklicken. Wenn ich jetzt einen Bildschirm sehe, wo von mir das HubSpot geöffnet ist, unser CRM-System, werde ich da draufklicken. Und deswegen, das zieht sich eigentlich durch alle Mitarbeiterkampagnen, die wir haben, die gut funktioniert haben in dem Bereich, es müssen Bilder oder im besten Fall natürlich auch Videos sein, die im besten Fall direkt von der Baustelle kommen, direkt vom Bauvorhaben, das, was die Person später machen soll. Alles, was wir im Internet finden, also was wir sozusagen an Stockmaterial finden, funktioniert bis zu einem gewissen Punkt, aber manchmal eben auch nicht. Ich sage mal, alles zum Beispiel gerade in der Elektrikerbranche, Sanitären- und Heizungsbranche, da gibt es halt viel, was fachlich einfach falsch ist und dann hat man nach zwei Wochen vielleicht einen Rufschaden, aber keinen Mitarbeiter. Und das ist dann Quatsch. So, hier habe ich nochmal zwei Beispiele dazu. Die sind jetzt eher authentisch als Arbeitsnah, beziehungsweise dieser junge Herr hier ist vielleicht authentisch, auch wenn er ein bisschen komisch aussieht mit seinem Grinsen. Aber es ist auf jeden Fall eines der Bilder, was am besten funktioniert hat. Komme ich auch gleich nochmal zu, was es vielleicht damit auf sich hat, dass wir überall jetzt hier Gesichter gesehen hatten. Das hatten wir ja am Beispiel davor auch. Also da vor allem sehen wir jetzt drei Gesichter. Gesichter, Menschen, die in die Kamera sich zeigen, funktionieren wunderbar. Das müssen natürlich nicht immer ihr sein, das müssen vielleicht auch nicht immer direkt eure Mitarbeiter sein, aber es muss irgendwie ein Gesicht sein, was direkt in die Kamera guckt. Warum das funktioniert, kann man sich drüber streiten, beziehungsweise gibt es wahrscheinlich viele Gründe für, aber auf jeden Fall ist es immer ein Muster, was wir wieder gesehen haben. Wenn es was gibt, dann sind es Gesichter, die in die Kamera gucken, auch wenn es manchmal ein bisschen komisch aussieht wie dieser Junge her. Aber das Bild zum Beispiel, das ist jetzt nicht von der Firma selber, das haben wir uns gekauft. Ich glaube, das ist bei 10, 20 Mitarbeiter Kampagnen irgendwo drinne, funktioniert immer. Das heißt, es war jetzt kein Zufall. So und hier auch wieder, wie vorhin beschrieben, wir haben halt einen Maler, der was malt. Wir suchen einen Maler, passt wunderbar. Jeder, der was mit Malen zu tun hat im beruflichen Sinne, der wird sich das Ganze anschauen. So, dann habe ich hier noch ein bisschen was abgebildet. Im Grunde genommen ist das Thema, glaube ich, klar. Hier nochmal was aus dem Bereich Schlosser, Metallbau. Sieht vielleicht auch ein bisschen spannend aus, wenn man auf den ersten Blick nicht genau erkennt, was es jetzt genau meint. Es fliegen halt viele Funken und so weiter und so fort. Aber jemand, der das jeden Tag sieht, der wird wahrscheinlich irgendwas mit diesem Beruf zu tun haben. Und er wird letzten Endes auch auf diese Werbeanzeige vielleicht nicht unbedingt klicken, aber er wird zumindest stehen bleiben. So und hier ist auch eine Werbeanzeige von uns, die sehr gut funktioniert hat. Auch das ist letzten Endes mehr oder weniger einfach unser Arbeitsalltag. So, der sieht natürlich ein bisschen anders aus wie jetzt der eines Monteurs, ist klar. Aber letzten Endes haben wir halt ein Meeting gehabt, haben eine Kamera daneben gestellt. Das Bild ist daraus entstanden. Und das ist genau das, was ein zukünftiger Bewerber hier erwartet. Und der Vorteil, den ich dadurch habe, wenn jemand darauf klickt, weiß er natürlich nicht alles, aber er weiß viel, was ihn eben erwarten wird. Also es gibt dahingehend jetzt keine Überraschung, dass er sagt, Mensch, sowas war ich jetzt irgendwie nicht, war ich jetzt nicht darauf vorbereitet, weil er hat es ja gesehen, er hat darauf geklickt. Und das gibt letzten Endes auch wieder so ein bisschen Rückschlüsse auf die Qualität der Mitarbeiterbewerber. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Auch ganz spannend, hätte ich selber nicht gedacht bei der Recherche, aber es ist eine Sache, die sehr gut funktioniert und zwar Prestige und Status. Ich hoffe, man kann das hier jetzt gut erkennen. Es ist im Grunde genommen ganz einfach. Es ist einmal ein riesen Firmengebäude, einmal ist es ein riesen Fuhrpark. Es geht natürlich nur, wenn man es vorweisen kann. Klar, kann nicht jeder, muss auch nicht jeder. Ist aber auf jeden Fall eine Sache, die in der Werbung sehr gut funktioniert. Auch wir haben das für uns genutzt, als wir jetzt im Mai hier in dieses große Büro gezogen sind und mal Bilder von vorne gemacht von dem Bürogebäude und man kann das sehr gut nutzen, wie man hier sieht. Ich meine, letzten Endes, das ist nicht wirklich aussagekräftig. Es hat nichts mit dem Beruf zu tun. Es ist einfach nur ein riesen Fuhrpark mit schönen Autos und jeder, der das sieht und vielleicht schon mal die Firma gesehen hat oder vielleicht irgendwas mit dem Begriff hier anfangen kann, der denkt sich, Mensch, die scheinen irgendwie besser aufgestellt zu sein als mein aktueller Arbeitgeber. Daraus kann man viele Sachen rückschließen. Entweder hat man das Gefühl, okay, da scheint es gute Gehälter zu geben. Da gibt es vielleicht auch andere Sachen, die mir gefallen. Aber das sind immer wieder Werbeanzeigen auch in unserem Mix, wo wir gemerkt haben, okay, es macht Sinn, die reinzunehmen. Und wenn man die Möglichkeit hat, sowas zu machen, sei es jetzt entweder mit einer Kamera vor dem Bürogebäude oder eben im Fuhrpark, dann ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Genau, hier nochmal das Gleiche. Also hier haben wir jetzt tatsächlich eine Drohnenaufnahme auch von einem riesigen Firmengebäude. Hier auch nochmal ein neues Firmengebäude. Also im Grunde genommen seht ihr, wohin der Trend geht. Wenn man vernünftige Räumlichkeiten hat, wenn man ein vernünftiges Firmengebäude hat, ist das alleine schon eine Sache, die ein Mitarbeiter eben dazu bewegen kann, da hinzukommen. Weil es lässt halt auf ganz viele andere Sachen auch Rückschlüsse ziehen. Ich denke mal, jemand, der sich sowas hier hinstellt, dem ist auch irgendwo wichtig, dass deinem Mitarbeitern gut geht. Sonst hätte man sowas wahrscheinlich nicht. Und deswegen hat das immer sehr gut funktioniert in den Werbeanzeigen. Wie gesagt, geht nur, wenn es auch geht. Ansonsten muss man sich anders behelfen. So, einer der wichtigsten Punkte beziehungsweise eine sehr spannende Möglichkeit, jetzt Werbeanzeigen zu gestalten, ist natürlich der Vorteil, den mir das Unternehmen bietet. Ja, das ist völlig klar. Wenn ich keinen merklichen Vorteil zu dem neuen Arbeitgeber habe, dann werde ich ihn auch nicht wechseln. Weil heutzutage ist es so, ich denke, das könnt ihr mehr oder weniger bestätigen, kein Arbeitnehmer da draußen sitzt auf der Straße, wenn er was kann. Die sind alle woanders. Die sollen natürlich im besten Falle zu euch kommen. Wir wollen diese Person jetzt nicht aggressiv abwerben oder so, sondern es geht darum, den zukünftigen Arbeitsplatz vielleicht attraktiver zu machen als das, was die Person aktuell hat. Und da ist es eigentlich ganz spannend, denn ganz, ganz viele Arbeitgeber, einfach durch Betriebsblendheit, wenn man das jetzt 10, 20 Jahre gemacht hat, die kriegen gar nicht mehr mit, was überhaupt die Vorteile bei der eigenen Stelle sind. So, das merken wir immer wieder, wenn wir jetzt mit den Leuten im Onboarding sprechen. Wir haben so eine Liste, die gehen wir dann durch, bietet ihr das an? Ja, aber ist ja nicht der Rede wert. Dann sagen wir, doch ist der Rede wert, das kann man sehr gut verwenden für die Werbeanzeige. So, und das sieht dann zum Beispiel so aus, wenn man es jetzt hier ein bisschen aggressiver machen würde. Ich hoffe, man kann das ein bisschen lesen. Auf jeden Fall schreiben wir hier, wir suchen dich, Glas- und Gebäudereiniger, 17 bis 20 Euro Stundenlohn, kein Wochenenddienst, vier Tage Woche möglich. Das sind drei wunderbare Vorteile und unabhängig davon, ob das Bild jetzt aussagekräftig ist oder nicht, das ist hier in dem Fall gut. Aber diese Vorteile selber, die lassen mich natürlich überlegen, okay, habe ich das bei meinem aktuellen Job? Ja oder nein? Wenn nein, werde ich sehr wahrscheinlich raufklicken. Hier drüben ist es ganz genauso. Da haben wir jetzt hier, das werdet ihr wahrscheinlich nicht lesen können, aber sowas wie Urlaubstage, die wir definiert haben, wie viele das sind. Wir haben hier Weihnachtsgeld aufgelistet, wir haben sowas wie Wochenenddienste, die wegfallen. Meinetwegen sind das irgendwelche Film-PKWs, die gestellt werden können. Also es ist immer wieder so, dass auch Werbeanzeigen, die gut funktionieren, natürlich mit Vorteilen verbunden sind. Das ist schon mal eine Aufgabe, die ihr euch machen könnt, am besten irgendwie nach diesem Vortrag oder sowas. Überlegt euch mal, was sind die Vorteile, die jemand hat, wenn er bei mir arbeitet. Und wenn man da ein bisschen drauf rumdenkt, kommt man da relativ schnell drauf, weil es ist halt wirklich viel, viel weniger selbstverständlich, als ihr am Anfang denkt. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben hier so ein Büro, so ein schönes Jahr, ist wunderbar, schön, aber das ist nicht selbstverständlich. Also wir schlachten das Marketing technisch relativ stark aus. Und das sollten wir auch tun, wenn es um eure Werbeanzeigen geht. Genau. Die nächsten beiden Werbeanzeigen sind ganz spannend, beziehungsweise habe ich rausgesucht, weil die sehr textüberladen sind. Also hier haben wir nur so ein ganz kleines Bild. Hier haben wir eigentlich nur Text, da geht es um Anlagenmechaniker, also ganz, ganz umstrittene Branche gerade, beziehungsweise ist es einfach schwer, da jemanden zu finden. Und diese Werbeanzeige hat hervorragend funktioniert. Zeigt überhaupt nichts von dem Job, also ist jetzt wieder ein ganz anderes Beispiel, als ich am Anfang gezeigt habe. Aber sie spricht halt die Person an, die es sehen soll und die gibt ganz viele Informationen, schon mal hier bis zu 19 Euro Stunden nur möglich. Ist ja bewusst ein bisschen offengelassen, weil es kommt auf die Qualifikation an. Aber es sind beides Werbeanzeigen, die wunderbar funktioniert haben. So und hier haben wir dann eben noch die Arbeitsbekleidung zum Beispiel mit reingebracht. Also, wie gesagt, macht euch an der Stelle wirklich mal Gedanken, was liefere ich, was liefere ich vielleicht schon aktuell, warum sind meine Mitarbeiter bei mir, warum sind sie nicht irgendwo anders. So, wenn ihr das einmal so ein bisschen runtergeschrieben habt und mir da Bescheid gebt, dann können wir gerne mal neue Werbeanzeigen erstellen und dann kann man da immer wieder ein bisschen was Neues nachschießen. So, die nächste Sache und das ist, glaube ich, vielleicht einer der größten, ich will nicht sagen Streitpunkte, den ich jetzt hatte mit Partnern in der Vergangenheit, aber eine Sache, die sich irgendwie schwieriger darstellt, als man anfangs denkt und zwar Teamfotos. Ich habe extrem lange suchen müssen, dass ich die beiden überhaupt finde, weil das halt einfach ist natürlich schwierig. Ne, Apporteure, die fahren raus, dann ist der Mann nicht da, der Mann nicht da. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr das mal hinbekommen, das muss jetzt auch nicht das ganze Team sein, wie hier drüben, sondern vielleicht vier, fünf Leute. Wenn ihr das mal hinbekommen, die alle gleichzeitig abzufotografieren und wir nehmen sowas als Werbung, ist eigentlich fast ein Garant dafür, dass das funktioniert. Auch hier habt ihr wieder, ich sage mal, ein bewussten Selektionskriterium, weil ihr werdet natürlich irgendwo Leute anziehen, die so ähnlich sind wie die Leute auf dem Foto. Ist natürlich sinnvoll, weil die Leute, die ihr bereits in der Firma habt, wollt ihr im besten Falle natürlich auch nochmal haben und deswegen sind solche Teamfotos wunderbar. Wenn wir ein Teamfoto machen, dann sieht ja jeder, okay, der Altersdurchschnitt ist da irgendwie bei 28, 29 oder so. Das heißt, jemand, der sich da nicht wohlfühlt in so einer Truppe, der wird auch nicht darauf klicken. Und deswegen sind Teamfotos immer eine gute Sache, sie sind authentisch, sie funktionieren sehr gut innerhalb von Facebook, weil es halt super wenig Leute haben und sie werden grundsätzlich mal Bewerber anziehen, die irgendwo zu euch passen, wenn sie fachlich geeignet sind, logischerweise. So, dann habe ich genau die nächste Sache. Das ist mehr oder weniger noch so ein kleines Add-on, was ich gefunden habe. Und zwar geht es darum, wenn wir jetzt wirklich jemanden suchen, der gewisse Fachqualifikationen haben muss, dann macht es manchmal Sinn, in Anführungsstrichen komplexe Bilder darzustellen. Ja, also hier haben wir jetzt den Bau eines Wintergartens. Da drüben haben wir, ja, ehrlich gesagt, kann ich es gar nicht so richtig sagen, auf jeden Fall eine Maschine. Und es geht darum, einen Lageristen zu suchen. Also es geht darum, Dinge zu zeigen, die jemand nur verstehen kann, wenn er die Qualifikation hat, die er sucht. Eigentlich ganz einfach. Ich glaube, im Sanitärheizungsbereich gibt es davon auch ganz viele Sachen, im Photovoltaikbereich natürlich auch. Ja, da gibt es Dinge, die man nur verstehen kann, wenn man diese Qualifikation hat. So, und solche Bilder sind natürlich auch Gold wert. Sind jetzt nicht die performance-starksten Bilder, also man wird damit keine Fluten an Bewerbern erwarten können. Aber ihr könnt davon ausgehen, dass wenn das jemand mal gesehen hat, dass er dann sagt, okay, trage ich mich mal ein und diese Person wird irgendwas darüber wissen und wird es auch können, im besten Fall. So, dann habe ich noch einen kleinen Geheimtipp. Ich habe es jetzt hier so ein bisschen mysteriös genannt. Und zwar könnt ihr eure Mitarbeiter zu Zeugen machen. Was meine ich damit jetzt? Eigentlich ganz einfach. Wenn ich versuche, jemanden von etwas zu überzeugen, und das ist ja letzten Endes der Sinn und Zweck einer Werbeanzeige. Ich versuche, jemanden von meiner Botschaft zu überzeugen. Entweder ist das Mitarbeitergewinnung oder später werden wir uns auch nochmal Neukundengewinnung anschauen. Wenn ich versuche, irgendjemanden von irgendwas zu überzeugen, dann macht es Sinn, wenn ich mir dazu, wie der Name sagt, einen Zeugen hole. So, wenn ich jetzt Markus sage, hey, pass auf, das, was ich mache, ist richtig cool. Dann kann er sagen, ja, kann sein, glaube ich aber irgendwie nicht. Wenn ich aber weiß, dass Steffen das, was ich mache, auch gut finde, dann sage ich, Steffen, sag dir Markus mal bitte, dass das, was wir machen, gut ist. So, dann haben wir eine Person, dann kann der Markus immer noch sagen, ja, hast du die jetzt gekauft, kann sein, wunderbar. Dann sage ich, Thorsten, Dennis, Steven, sag dir das bitte auch nochmal. So, und irgendwann wird Markus sagen, Mensch, da scheint ja irgendwas dran zu sein. Also irgendwann kann ich das nicht mehr leugnen. So, was haben wir gemacht bei der A&M? Man kann das, glaube ich, ganz gut sehen. Wir haben unsere Mitarbeiter vor die Kamera geholt. Natürlich nur die, die es möchten. Das ist für uns natürlich auch ein bisschen einfacher, weil wir ein bisschen Infrastruktur dafür haben. Aber im Grunde genommen, was wir hier gemacht haben, kann jeder mit dem Smartphone nachstellen. Dafür ist überhaupt nicht viel notwendig. Es gab keinen kleinen Fragenkatalog, also von mir aus sowas wie, beschreibt die A&M in drei Worten oder drei Sätzen? Was findest du an dem Arbeitgeber toll und warum würdest du den Arbeitgeber anderen vorziehen? So, und diese Leute sind jetzt hier vor die Kamera getreten. Das sind noch wesentlich mehr. Ich glaube, wir haben 10, 15 Leute oder sowas geholt und das sehen jetzt alle Leute in Hannover, die sich irgendwie mit unserer Werbung beschäftigen. So, natürlich haben Alex und Marvin Interesse, dass du hier arbeitest, weil die wollen weiterkommen, die wollen nicht irgendwo als Mitarbeiter gewinnen. Wenn jetzt aber Finn, Rahawa, Till, Nico und Schäfki sagen, du sollst hier arbeiten, dann irgendwann kommst du nicht mehr dagegen an. So, und das ist eine Sache, auch das versuchen wir mit unserem Partner natürlich so gut es geht umzusetzen, aber das machen die wenigsten. Scheitert auch meistens ein bisschen an dem Videoformat natürlich, aber wenn ihr das hinbekommt, dann habt ihr eine Sache, ich weiß nicht, das macht glaube ich ein Handwerks- oder Fachhändlerbetrieb auf 100. Und wenn ihr das schafft und wenn man das gut etablieren kann, dafür sind wir dann letzten Endes da, dann können wir da auf jeden Fall was schaffen, was euch, ich sag mal, fast regelmäßig neue Bewerber reinbringt und was eben auch dazu führt, dass andere Leute eher zu euch kommen wollen. Was ist das beste Testimonial jetzt für die A und M? Alex und Marvin können sich den Mund fusselig reden, wie schön es hier ist. Wie gesagt, das ist deren Unternehmen, das kann jeder verstehen. Wenn ich das mache, wenn Adrian das macht oder Patrick, dann haben wir natürlich auch ein Eigeninteresse dahinter, aber wir wollen in erster Linie coole Kollegen finden. Und das ist das, was darüber letzten Endes entsteht und das könnt ihr natürlich auch für euch nutzen, weil das in eurer Branche kaum jemand macht. So, wir sind tatsächlich mit dem Thema Mitarbeiter schon durch. Wir fassen einmal zusammen und dann können wir gleich zu dem Neukund kommen. Also die erste Sache, Gesichter und Bilder in der Arbeitssituation funktionieren wunderbar gut. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr jemanden im Unternehmen habt, der jetzt von mir aus ein bisschen fotogener ist, der damit kein Problem hat, haltet dem in Anführungsstrichen mal die Linse ins Gesicht, versucht, dass er ein bisschen was Gutes über euch sagt und schickt uns das Bild, wir laden das hoch. Die zweite Sache ist, kann man das gut lesen? Bisschen dunkel, ne? Naja. Arbeitssituation nachstellen beziehungsweise ihr müsst es nicht nachstellen, sondern ihr könnt einfach das, was ihr sowieso den ganzen Tag macht, einfach mal füllen. Wir haben da jetzt auch ein Projekt gestartet, Projekt ist ein bisschen übertrieben. Wir haben uns für die A&M GoPros gekauft und wir schicken die raus an Partner. Das ist eine sehr, sehr spannende Idee. Das heißt, es gibt so ein Brustgort, dann hast du eine GoPro hier auf der Brust kleben, machst einfach deine normale Arbeit, das Video wird uns dann zugeschickt. Ist eine Sache, die es so innerhalb von Facebook oder Instagram glaube ich kaum zu sehen gibt. Also, wenn ihr es ausprobieren möchtet, sagt mir Bescheid, kriegt ihr von uns eine GoPro. So, dann haben wir das nächste, der Mitarbeiter wird sich angezogen fühlen, wenn er das Gefühl hat, seinen Status zu verbessern. Wie gesagt, kommt immer ein bisschen auf den Bewerber an und man muss natürlich mit solchen Bewerbern dennoch schwierig oder aufpassen, man muss sie natürlich sehr gut im Bewerbungsgespräch natürlich auch befragen. Weil so eine Person kann dann auch schnell woanders hingehen, wenn er das Gefühl hat, da einen besseren Status zu finden. Aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die, wenn ich die habe, wenn ich die sowieso schon anbieten kann, sollte ich sie marketingtechnisch auch ausschlachten. Dann haben wir, irgendwie sieht das ein bisschen schwach aus, naja, Vorteile sind nicht selbstverständlich. Das ist das, was ich vorhin schon meinte. Alles, was ihr anbieten könnt, wisst ihr natürlich, ist für euch völlig klar. Weiß auch jeder Mitarbeiter, wenn er ein bisschen bei euch arbeitet. Aber werden die Bewerber da draußen nicht wissen. Vielleicht ist es bei dem aktuellen Arbeitgeber völlig, völlig sinnfrei, dass sowas passiert, wie Alex schon vorhin gesagt hatte. Der eine Bewerber hat sechs Jahre keine Gehaltserhöhung bekommen. So, wenn wir jetzt sagen, okay, das ist völlig normal, alle vier Monate oder alle fünf Monate eine zu bekommen, ist das für uns normal. Aber diese Person fällt dann so ein bisschen aus der Wäsche, wenn sie das das erste Mal hört. Genau. Da geht es darum, das Ganze einmal zu brainstormen im besten Fall, beziehungsweise einfach mal runterzuschreiben, was habe ich da. Und dann bucht ihr euch am besten Termin bei mir, dann sprechen wir das mal durch. Und dann haben wir noch zum Schluss, genau, Werbewirkung kann durch Zeugen einfach verstärkt werden. Ihr spart euch da auch Werbebudget, weil ihr einfach schneller natürlich das Vertrauen der Leute gewinnt, das denke ich, klar. Und dann glaube ich auch noch ein Punkt, genau. Videos sind auch so eine Sache. Ich weiß, dass das Videoformat für viele immer ein bisschen eine Hürde darstellt, aber man hat dann vielleicht irgendeine Hemmung oder so, in die Kamera zu sprechen oder man hat auch einfach nicht die technischen Möglichkeiten. Aber Videoformate bringen euch vor allem Authentizität natürlich, weil die Person kann euch nicht anfassen, aber sie kann euch mal hören, sie kann euch ein bisschen sehen, wie ihr euch so verhaltet. Und tatsächlich ist es auch so, kommen wir später nochmal zu, dass Videos von den Plattformen selber mittlerweile begünstigt werden. Weil natürlich ist es jetzt ein Ziel von Facebook zu sagen, okay, ich möchte den Nutzer auf meiner Plattform halten, ich möchte nicht, dass er die Plattform schnell verlässt. Das schaffen wir natürlich mit Videos besser als mit Bildern. Das heißt, Videos werden wahrscheinlich auch nächstes Jahr und die nächsten Jahre immer wichtiger werden. Genau, also habt ihr erstmal Fragen zum Thema Mitarbeiter. Wir können das später auch nochmal durchgehen, aber ich glaube, soweit ist erstmal alles klar, oder? Okay. Gut, wenn man jetzt keinen Bedarf an Mitarbeitern hat, dann sollte man natürlich im besten Falle Bedarf an Neukunden haben und dafür gibt es natürlich auch so ein paar Beispiele, die wir uns jetzt mal anschauen wollen. Die erste Kategorie an Werbeanzeigen, die jetzt uns aufgefallen sind, die gut funktionieren, funktionieren in erster Regel über Design und Ästhetik. So habe ich es jetzt zumindest genannt. Ich meine damit einfach Bilder, die besonders hübsch sind, wenn man das so nennen kann. Also wir sehen hier eine Küche, die ist wunderschön beleuchtet. Wir haben hier eine Treppe, die ist sehr schön beleuchtet. Das geht natürlich auch für jedes andere Produkt. Aber ich glaube, das könnt ihr besser nachvollziehen als ich. Ich denke, ihr habt alle Projekte, bei denen ihr bei der Abnahme zum Beispiel sagt, Mensch, das ist aber schick geworden. Manche Projekte, die sind natürlich dann irgendwie zweckmäßig fertig geworden, aber manche Projekte sind auch wirklich schön. Und das sind so Sachen, die funktionieren tatsächlich auf Facebook beziehungsweise vor allem auf Instagram sehr gut, weil es einfach Bilder und Videomedien sind. Und wenn ihr solche Projekte habt und für den Kunden ist das okay, dann fragt gerne mal, ob ihr da einfach ein paar Referenzbilder machen könnt. Letzten Endes ist das wahrscheinlich für die meisten Kunden oder für mehr Kunden okay, als man anfangs denkt. Und die erste Kategorie an Werbeanzeigen, die hier funktionieren, sind einfach schöne Sachen. Genau, hier haben wir noch ein paar Beispiele. Noch mal eins aus dem Bereich der Küche. Das ist natürlich auch immer Geschmackssache am Ende des Tages. Hier haben wir noch das Ganze im Bereich Überdachung. Natürlich Wintergärten ist genau dasselbe. Bei Überdachung und Wintergärten ist auch eine spannende Sache. ist bei allen anderen Produkten nicht so, aber vor allem bei diesen Produkten ist es so, dass so exotische Bilder auch gut funktionieren. Also wir haben vor allem von manchen Herstellern manchmal Bilder, wo man weiß, die können nicht in Deutschland entstanden sein, irgendwo auf der Insel vor irgendwelchen Palmen oder sowas, funktionieren aber trotzdem wunderbar. Das heißt, manchmal gilt da wirklich, je schöner, desto besser. Und wenn man sowas hat, dann gerne auch ja mal Bescheid geben, wir gucken uns das Ganze an und laden das Ganze hoch. So, dann haben wir noch so ein paar spannende Sachen, beziehungsweise kann man natürlich mit Werbeanzeigen auch wunderbar Neugierde entwickeln. So, ich habe vorhin gesagt, der durchschnittliche Nutzer sieht 90 Meter Screen am Tag. Davon ist natürlich nicht alles bezahlte Werbung, aber auch ganz, ganz viel organische Beiträge letzten Endes. Und wenn man das irgendwie schaffen kann, da so ein bisschen rauszustechen, hat man letzten Endes die Möglichkeit, natürlich so ein bisschen Neugierde zu wecken. So, was haben wir jetzt hier? Das ist auch wieder eine Treppe mit einem Vorher-Nachher-Bild, beziehungsweise in dem Fall ist es Nachher-Vorher. Vorher-Nachher ist immer eine Sache, die gut funktioniert. Geht natürlich nicht bei allen Sachen, so beim Wintergarten hast du halt vorher nichts und danach ein Produkt. Das geht natürlich nicht. Aber alles, was irgendwie saniert werden muss, ist wunderbar. Hier haben wir tatsächlich eine Kampagne, die darauf abgezielt hat, Grundstücke zu verkaufen. Das ist jetzt ein bisschen außerhalb der Reihe. Aber wir haben es hier halt so gemacht, dass wir einfach diesen Lageplan mit darunter gemacht haben. Und darüber ist halt das Bild, also Luftaufnahme. Und das funktioniert auch wunderbar. Und man bleibt halt drauf stehen. Das ist jetzt so eine Sache, die man vielleicht nicht jeden Tag sieht, zumindest bei Facebook und Instagram. und deswegen hat das sehr gut funktioniert. So, dann haben wir noch eine ganz spannende Werbeanzeige im Bereich Photovoltaik, die jetzt, also ja, mit Sicherheit jeder schon mal eine Photovoltaik-Werbeanzeige gesehen, wo einfach die Module auf dem Dach sind. Mal schön, mal weniger schön. Aber ich habe selber persönlich ganz wenig Werbeanzeigen gesehen, wo das Modul einfach gerade da liegt. Wahrscheinlich in der Fertigung, so sieht das zumindest aus. und das ist eine Sache, die hat wunderbar funktioniert. Also ich meine, gut, man muss jetzt auch nicht viel richtig machen, um Photovoltaik gerade gut zum Funktionieren zu bringen, weil es einfach sehr gefragt ist. Aber das ist so eine Anzeige, die hat außerordentlich gut funktioniert und besser als jedes Modul, was irgendwo auf dem Dach abfotografiert wurde. Das daneben funktioniert auch immer ganz gut. Also mit immer meine ich das Thema Grafiken an und für sich. Könnt ihr vielleicht auch mal überlegen. Viele laden halt Fotos hoch bei Instagram. Und so eine Grafik, die sticht ja eigentlich immer ganz gut raus. Muss man natürlich auch gucken. Es gibt ja jetzt nicht für jeden Anwendungsfall gute Beispiele. Aber gerade beim Thema Photovoltaik ist man natürlich schnell dabei, zu zeigen, wie hier die Sonne einstrahlt. Da sind Module auf dem Dach. So funktioniert das Ganze, zumindest in dieser Grafik. Und ja, hat wunderbar funktioniert. Ist, denke ich, ein spannendes Learning. Sollte man natürlich gucken, wie man das umsetzen kann. Also gerade hier beim Thema Grafiken unterstützen wir unsere Partner natürlich auch, weil ich denke, das können wir nicht erwarten, dass ihr denn da irgendwelche Grafiken erstellt. Also einfach mal Bescheid geben. Wir gucken uns das an. Und sowas kann man dann auch gerne erstellen. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Wie in der Schule. Schickt einfach jemand raus. Okay. Nächstes Thema, eigentlich auch völlig glasklar. Jedes Produkt hat Vorteile. Jedes Produkt hat Vorteile. Gerade Thema Photovoltaik ist ja ab nächstem Jahr, glaube ich, mehrwertsteuerbefreit beziehungsweise ein bisschen erleichtert worden. und macht natürlich Sinn, solche Themen aufzugreifen. Ja, gerade alles, was auch staatliche Förderung angeht, Energieeffizienz, Energiesanierung und so weiter und so fort, sind alles Themen natürlich, da sind wir mit der A&M so ein bisschen involviert. Aber ihr als Händler wisst das natürlich von Anfang an, was da jetzt gerade gilt und was nicht. Das heißt, sowas sollten wir immer, wenn es möglich ist, in der Werbung verpacken, weil es wunderbar funktioniert. Genau, hier haben wir das Beispiel, wie gesagt, mit diesen 19 Prozent und hier rechts haben wir noch das Beispiel, wo wir hier, kann das, glaube ich, nicht ganz lesen, aber bis zu 40 Prozent Förderung der BAFA anbieten. Sind wunderbare Sachen, wir haben das tatsächlich getestet, also von mir aus diese Werbeanzeige ohne diese drei blauen Kreise wird wahrscheinlich nur die Hälfte der Anfragen liefern. Natürlich muss man vertrieblich ein bisschen fit sein, weil jemand, der jetzt zum Beispiel 40 Prozent Förderung möchte, kann man zumindest unterstellen, wird jetzt finanziell vielleicht nicht die dicksten Polster haben, aber man kann damit, wie gesagt, wenn man vertrieblich ein bisschen was richtig macht, sehr, sehr weit kommen. Man ist einfach, wenn ihr jetzt einen anderen Mitbewerber euch anschaut, der die gleiche Werbung macht und der macht das nicht, dann würde ich als Nutzer überhaupt nicht überlegen, wo ich hinklicke. Das ist völlig klar. Weil ich habe, aus meiner Perspektive habe ich zwei identische Anbieter, der eine gibt mir aber mehr, der andere weniger. Das ist die Entscheidung, die der Nutzer trifft am Ende des Tages. So, hier haben wir nochmal ein paar Beispiele dazu, also hier wieder ganz klassisch, eben mit diesen drei Kreisen an der Seite, Thema Lieferzeit ist ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten immer spektakulärer geworden. Manche von unseren Partnern hatten da eben gute Partnerschaften mit deren Lieferanten und haben wir einfach nur auf die Werbeanzeige geschrieben, ist in drei bis vier Wochen lieferbar und schon funktioniert diese Werbeanzeige auf einmal besser als alle anderen. Weil wenn ich jetzt meine Küche haben will, gehe ich zu Anbieter XYZ, die sagen mir alle fünf Monate und der sagt mir auf einmal vier Wochen, ob das am Ende des Tages hinhaut. Das, klar, muss man vorher abklemmen, wenn so eine Werbeanzeige schaltet, aber es würde auf jeden Fall dazu führen, dass Leute sich bei euch melden. Und hier haben wir noch eine Werbeanzeige, wo wir eben wieder über die Beförderung sprechen. Wie gesagt, ist glaube ich ein Thema, da kennt ihr euch besser aus als wir wahrscheinlich am Ende des Tages. Da gibt es ganz viele Sachen, die man machen kann und wenn es so etwas gibt, das ändert sich ja, leider Gottes ja noch immer mal wieder, dann sollte man das aber auf jeden Fall in der Werbung unterbringen, weil es einfach dazu führt, dass Leute draufklicken, dass Leute das auch teilen, dass Leute damit interagieren. So, jetzt kommen wir zu einem kleinen Schaubild und zwar habe ich das Ganze jetzt unter die Überschrift der Aktionen gefasst. Warum gibt es hierzu jetzt ein Schaubild? Das ist eigentlich ganz einfach. Ich glaube, Aktionen sind auch so einer der größten Punkte, die ich mit unseren Partnern durchspreche, weil viele immer so ein bisschen unter einer Aktion verstehen, dass das so, ich sage mal, Preisdumping ist oder dass man dann auf seine Marge verzichten muss und dann mit einem halben Kunden gewinnt. Das trifft natürlich zu, aber nur, wenn man so eine Aktion nicht richtig macht. Wenn man eine Aktion richtig macht und auch richtig versteht und umsetzt, dann kann das eine Sache sein, die wirklich eine Goldgrube ist, weil es besser funktioniert als andere Werbeanzeigen und weil man es halt wirklich, und da haben wir auch Partner, die das wirklich machen, zwei, drei Jahre am Stück machen kann. Man muss hier natürlich ein bisschen kreativ werden. Also, ich sage mal, bei Küchen ist es nicht schwer, da macht man eine Referenzküchenaktion fertig, bei Dächern, Wintergärten geht das auch noch, bei anderen Produkten muss man ein bisschen tiefer in die Trickkiste greifen. Warum ich euch das hier aufgeschrieben habe beziehungsweise kurz skizziert, habe ich es eigentlich ganz einfach. Jeder von euch sollte sich eigentlich mal Gedanken machen, die Umsetzung, wie gesagt, übernehmen wir in eurem Fall, aber sollte sich Gedanken machen, wie er diesen Abstand hier, also diesen hellblauen Abstand da, wie er den füllen kann. Weil aktuell ist es so, das könnt ihr vielleicht mal beobachten, wenn ihr selber Werbung seht, ganz oft sind die beiden Kreise, die ich hier skizziert habe, gleich groß. Also kurz zur Erklärung, Dienstleistung oder Produkt ist das, was ich anbiete, das Blaue ist das, wie ich es vermarkte. Und ich habe dazu eigentlich ein ganz witziges Beispiel, es gab ja vorhin beim Essen Kartoffeln, habt ihr alle gesehen. Und die waren lecker, konnte ich überhaupt nichts gegen sagen. Aber als wir das Angebot bekommen haben von dem Catering, stand da drinnen, Kartoffeln im Erdmantel. So, klingt für mich sehr, sehr lecker. Habe ich mich gefragt, was mag das bedeuten, der Erdmantel? So, heute haben wir erfahren, Erdmantel heißt einfach nur, dass sie nicht geschält sind. Das heißt, sie haben einfach nichts gemacht, sie haben uns sogar einen Arbeitsschritt weggelassen. Aber für mich als Person, die ich das wahrnehme, klingt das viel, viel cooler, viel, viel interessanter, leckerer. Und vielleicht haben wir es deswegen gebucht. Das heißt, diese Differenz hier macht letzten Endes den Unterschied darüber, ob eure Werbung gut ankommt oder nicht. So, das muss man natürlich und das ist immer so ein bisschen diese Schattenseite von dem ganzen Thema. Es soll natürlich nicht in Richtung Betrug gehen. Also wir wollen niemals was versprechen, was wir nicht halten können. Das ist, denke ich, klar. Aber es gibt immer Wege und Mittel, das, was man anbietet, noch besser darzustellen. So, wir können natürlich den Leuten auch sagen, pass auf, du kriegst bei uns eine Kampagne und das war's. Aber du kriegst bei uns eine Kampagne, du kriegst ein Jahr Partnerschaft, du kriegst solche Events, du kriegst, kriegst, kriegst und kriegst. Und genau das ist letzten Endes das Marketing. Und jedes Produkt hat das. Und deswegen haben wir gesagt, gut, es macht Sinn, wenn wir mit unserem Partner solche Aktionen umsetzen. Wie das aussehen kann, habe ich natürlich auch Beispiele für euch parat. Die erste Sache, die wunderbar funktioniert über alle Branchen, also habe ich wirklich noch nie eine Kampagne gesehen, die damit nicht funktioniert hat, sind Referenzkunden. Komme ich auch später noch zu, was eine gute Aktion ausmacht. Aber so Referenzkundenaktionen habt ihr mit Sicherheit schon mal gesehen in den sozialen Medien. Ist eigentlich klar. Ich bin ein Unternehmen, ich brauche Referenzen, damit ich Werbung machen kann. Und ich sage, wenn du mein Referenzkunde wirst, dann kriegst du von mir Vorteil XYZ. Ganz simpel, ganz einfach, funktioniert aber wie eine Eins. Im Küchenbereich, wie gesagt, sehr, sehr beliebt. Aber auch bei Wintergärten, Dächern funktioniert das wunderbar. Dann, ups, genau, haben wir noch mal das Thema Förderung beziehungsweise generell Preise und Rabatte, Prozente in den Werbeanzeigen. So ist jetzt, wie gesagt, beim Thema Hausfüllen und Fenster, kann man sehr, sehr viel mit Förderung spielen. Aber dieses ganze Thema hier, sobald da irgendeine Zahl drinne steht, also geht mir persönlich privat auch so, wenn es um solche Produkte geht, dann bleibe ich auf dieser Werbeanzeige hängen. Ist erstmal völlig egal. 20 Prozent hier in dem Fall. Ich habe auch letztens eine Werbeanzeige gesehen, das ist so eine Richtung, in die man sich natürlich nicht entwickeln sollte. Da stand, glaube ich, drauf, also da stand eine riesengroße 90 Prozent drauf. So, bin sofort drauf stehen geblieben, weil man natürlich denkt, hier gibt es jetzt 90 Prozent gespart. Und darunter stand ungefähr in dieser Schriftgröße, 90 Prozent zahlen Sie und bekommen 10 Prozent Rabatt. So, ist natürlich eine Richtung, kann man machen, wird viele Klicks generieren und viele Leads. Die Leidtragenden sind aber eure Mitarbeiter am Telefon, die den Leuten das erklären müssen, weil das ist Quatsch. Das kann, wie gesagt, funktioniert wunderbar, nur es ist einfach, man muss natürlich auch betrachten, hier müssen wir den Leuten auch telefonieren im Nachhinein. Also wir aus unserer Perspektive können natürlich sagen, so eine Kampagne läuft gut, aber ihr werdet nach zwei Wochen sagen, lasst uns das bitte bleiben lassen. Deswegen immer wahrheitsgemäß natürlich dabei bleiben und man kann sowas hier 20 Prozent vom Staat geschenkt, funktioniert wunderbar. Weil ein Fenster zum Beispiel ist ein Produkt, für alle, die das anbieten oder anbieten möchten, ein Fenster ist ein Produkt, klingt immer ein bisschen hart, eine Tür aber auch, das sagen wir immer, um ein Loch in der Wand zu stopfen. Das heißt, es sind nicht die attraktivsten Produkte, auch wenn man natürlich das Ganze designtechnisch ein bisschen schön machen kann, aber letzten Endes muss man halt schauen, wie man das Ganze in der Werbung entsprechend transportiert und dann funktioniert das aber auch wunderbar. Genau, hier habe ich nochmal ein bisschen was mitgebracht, auch im Bereich der Referenzaktion, beziehungsweise generell, der Aktionen, hier auch wieder einfaches Zahlenbeispiel, hat jetzt gar nichts mit einer Aktion oder sowas zu tun, aber hier steht drin, bis zu 50 Prozent ihrer Heizkosten sparen. Heizkosten interessieren uns alle aktuell, im nächsten Jahr wird das ganz genauso sein. Wenn das Produkt das abbilden kann, wenn die Grundlage dafür gegeben ist, wenn das möglich ist, warum sollte man das da nicht reinschreiben? Es funktioniert wunderbar, die Leute bleiben drauf hängen. Dann auch da unter bis zu 35 Prozent staatliche Förderung, auch wunderbar, ich habe zwei Zahlen in der Werbeanzeige auf meinem Bild, die Leute werden da draufklicken und ich habe hier keine Lüge oder sowas gemacht und deswegen funktioniert das Ganze wunderbar. Hier drüben haben wir noch einen Kunden, der hat, ich glaube, von seinem Hersteller irgendwie die Freigabe bekommen auf zwei oder drei Dächer eben gewisse Konditionen anzubieten, 10 oder 15 Prozent sind es in dem Fall, glaube ich, nee, 20 Prozent da unten steht sogar. So, und da haben wir entsprechende Werbeanzeigen für aufgesetzt. Jetzt ist es natürlich so, wir haben alle anderen Werbeanzeigen deaktiviert, das heißt, wir machen jetzt in diesem Dezember nur eine Aktionskampagne, wo so zwei Dächer laufen mit diesen 20 Prozent und das Ganze sorgt für das gleiche Budget, was man ausgibt, vielleicht für die doppelte Aufmerksamkeit und das ist letzten Endes der Sinn dahinter. So, dann habe ich natürlich auch beim Thema Neukundengewinnung einen Geheimtipp für euch und zwar eigentlich ganz gut visualisiert mit diesem kleinen Bild und zwar geht es um das Thema Retargeting. Hat vielleicht jeder schon mal gehört oder hat es jemand schon mal noch nicht gehört, sagen wir es so? Okay, gut, erkläre ich kurz, das ist aber eigentlich ganz einfach erklärt und zwar, wie das Schaubelt hier schon sagt, wenn ich einmal, kennt ihr vielleicht privat bestimmt schon mal gehabt, wenn ich einmal in dem Produkt irgendwie daran Interesse geäußert habe, in eurem Fall würde das bedeuten, die Leute klicken auf die Werbeanzeige und landen bei uns im Funnel, in dem Fragebogen, dann verfolgt mich dieses Produkt im Idealfall durch das ganze Internet. So, sieht immer ein bisschen nach Zauberei aus, ist aber gar nicht so schwer, weil auf diesem Funnel, also auf dem Fragebogen, den wir mit den Leuten machen, kann man den sogenannten Pixel installieren, dieser Pixel ist ein Stück Code, den man quasi auf die Stirn von dem Nutzer klatscht und sagt, du warst mal bei mir auf der Homepage. So, und mit diesem Pixel kann ich die Person dann durch das Internet verfolgen und kann sagen, hey, also von mir aus, die Person will einen Wintergarten bei Markus kaufen, kommt bis zum Kontaktformular und bricht dann aber ab, weil es an der Tür geklingelt hat oder weil irgendwas da anders dazwischen gekommen ist. Dann kann ich ihm am nächsten Tag sagen oder nächste Woche, hey, pass auf, du hast dich doch bei mir für einen Wintergarten interessiert, warum hast du dich nicht eingetragen? Ganz, ganz simpel formuliert natürlich. So, und das geht über die verschiedenen Kanäle, das heißt, wenn euch jemand bei Facebook sieht und den Kaufprozess abgebrochen hat oder den Eintrageprozess, das ist ja bei euch dann meistens eher, dann kann ich ihn auf Instagram ansprechen. Das kann ich über das Handy machen, über das iPad, über den Laptop, über den Desktop-PC. Ich kann auch über verschiedene Medien gehen, ich kann ihn auch bei Google wieder anzeigen lassen, wenn er sich irgendwas durchliest. Also ich kann ihn, in Anführungsstrichen, ein bisschen damit nerven. Und das muss passieren, weil ihr verkauft alle keine Produkte für 100, 200 Euro, sondern geht es dann um vierstellige, fünfstellige oder sechsstellige Beträge. Das heißt, die Leute brauchen Kontaktpunkte zu euch. Ja, ich werde mich nicht bei euch eintragen, wenn ich die Werbung das erste Mal gesehen habe, sondern in der Regel, das ist so der Durchschnittswert über alle Kampagnen, braucht es drei bis vier Einblendungen, bis ich mich eingetragen habe bei Neukunden. Und diese Kontaktpunkte kann ich logischerweise beschleunigen, wenn ich das über verschiedene Kanäle mache. Über Facebook dauert das von mir aus eine Woche, zwei Wochen, wenn das schnell geht. Und wenn ich über Google, Instagram gleichzeitig das Ganze mache, kann es vielleicht über zwei, drei Tage gehen. So, und das ist genau das, womit ihr so ein bisschen Omnipräsenz schaffen könnt. Natürlich, Omnipräsenz klingt immer noch viel Werbebudget, was man einsetzen muss. Es ist natürlich mehr als bei einer normalen Kampagne, das denke ich klar. Aber man kann es, wenn man es vernünftig macht, über Retargeting mit wenig Geld auch schaffen, da, da und da aufzutauchen. Und die Person hat das Gefühl, Mensch, irgendwie kriege ich das jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Und das ist so der Geheimtipp, den ich euch für das Thema Neukundengewinnung geben möchte. Also, wie gesagt, niemand gibt euch 20.000, 30.000 Euro, ohne euch zu vertrauen. Das ist auch klar. Und Vertrauen kann man durch solche Kontaktpunkte eben schaffen. Unterbewusst. Und das ist das Schöne daran. Gut, aber wie gesagt, unterstützen wir unsere Partner auch. Wenn das interessant ist, einfach Bescheid geben, dann gucken wir uns das an. Lässt sich für jede Branche umsetzen. So, dann fassen wir zusammen. Thema Neukundengewinnung. Jetzt wird es wieder so dünn. Das gibt es ja nicht. Gut, ich lese euch das vor. Müssen wir jetzt nicht nochmal neu starten. Also, der erste Punkt, das könnt ihr nicht lesen, aber ich lese euch das vor. Gute und hochwertige Aufnahmen können den Unterschied machen. Es gibt heutzutage auch Produktfotografen, die für wenig Geld das Ganze machen. Ist jetzt nicht immer notwendig, aber wenn man mal wirklich das Gefühl hat, okay, wie ich vorhin schon sagte, das ist jetzt ein besonders schönes, hübsches Projekt geworden. Da macht Fotos davon. Fragt den Kunden, ob das in Ordnung geht. Man kann das für die Werbung wunderbar verwenden. Die zweite Sache, genau, Vorteile sind auch bei eurem Produkt nicht selbstverständlich. Also, fragt euch, was, euer Produkt ist eine Problemlösung. Das ist, denke ich, klar. Der Stuhl ist dafür da, dass ich mich da hinsetze, dass ich hier nicht stehen muss, dass ich hier sitze, wenn ich das möchte. Dieser Stuhl hat aber noch etliche andere Vorteile. Er hat zum Beispiel unser Logo hier drauf. Das ist nicht Sinn und Zweck der Dienstleistung, aber das ist schön und deswegen haben wir ihn gekauft. Und das geht bei euren Produkten ganz genauso. Eure Produkte erfüllen alle einen Zweck. Ja, ich habe vielleicht ein Dach über dem Kopf, wenn ich auf meiner Terrasse sitze. ich habe irgendwas anderes, ich habe einen Ofen im Wohnzimmer, wenn mir kalt ist. Aber diese Produkte erfüllen alle noch einen weiteren Zweck. Und diese ganzen Zwecke müssen wir in die Werbung mit einbringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Damit unterscheidet ihr euch halt von anderen Mitbewerbern. Genau. Von denen unterscheiden wir uns in dem Moment. So. Was haben wir noch? Genau. Das, was vorhanden ist, muss bestmöglich kommuniziert werden. Das ist letzten Endes unser Job. Also wir befassen uns damit, dass wir das, was ihr uns gebt, bestmöglich kommunizieren können. Aber dazu brauchen wir natürlich ein bisschen Input. Was ich schon meinte, Kartoffeln im Erdmantel sind einfach nur ungeschädte Kartoffeln. Aber das klingt nicht so attraktiv. Deswegen müssen wir diesen Input haben und können uns da dann eben was entsprechend überlegen. So. Genau. Aktionen können extrem hilfreich sein. Das ist hier der vorletzte Punkt. Aber wie gesagt, in Anführungsstrichen mit Achtung, man muss vertrieblich da gut aufgestellt werden. Alles, was ihr heute Vormittag gehört habt, zahlt so ein bisschen darauf ein, weil man kann sich mit Aktionen auch viele Leute eben ranholen, die von mir auch Sparfüchse sind oder Angebotssammler oder Vergleicher oder sowas in der Richtung. Ist auch erstmal okay, die wird es immer geben. Nur man muss sie vertrieblich natürlich ausfiltern. Ansonsten hat man mit so einer Aktion mehr Arbeit als am Ende des Tages Ertrag. So. Und dann glaube ich kommt der letzte. Ah, jetzt kommen wir wieder auslegen. Gut. Also ich bin bei dem Punkt hier und das ist das, was ich vorhin schon kurz angerissen habe. Eine Aktion muss nicht immer reißerisch sein, sondern unsere Erfahrung ist und das ist sehr, sehr spannend, sie muss für den Endkunden logisch nachvollziehbar sein. Was heißt das? Der Endkunde selber, der möchte einfach nur an einer Aktion teilnehmen. Das ist erstmal zweitrangig, ob er da 10% bekommt oder 30% oder überhaupt keine Prozente. Nur Kunden oder Nutzer bei Facebook vor allem, bei Instagram haben so ein sehr feines Gefühl dafür, ob sie jetzt hier über den Tisch gezogen werden oder nicht. Und was da das Learning daraus ist. Eure Aktion muss einfach einen Sinn und einen Zweck haben. So, es macht jetzt, ich sage mal, bedingt Sinn zu sagen, okay, du kriegst jetzt von mir 20%, weil mir gerade danach ist oder weil ich die vom Hersteller auch bekomme. So, das kann vielleicht der Hintergrund sein, aber marketingtechnisch sollte ich jetzt sowas sagen, wir haben den 3. Dezember, Weihnachtsaktion. Wunderbar. Kennt ihr da? Hat jeder schon mal gesehen. Was ich aber vorhin meinte oder was am besten bei uns funktioniert, ist, wie gesagt, diese Referenzkundenaktion. Jedes Unternehmen braucht Referenzen, jeder möchte Referenzkunde sein oder viele wollen das, weil das irgendwie so ein bisschen spannend klingt, glaube ich. Und Referenzkundenaktionen funktionieren wunderbar, weil ich sage, hey, wenn du mal eine Referenz führst, der Kunde hat ja auch so ein bisschen das Gefühl, dass er was für einen tut und deswegen bekommt er was. Eben, was weiß ich, irgendwelche Konditionen oder irgendwas extra dazu. Dann ist das immer eine gute Sache. Und deswegen überlegt euch, okay, was kann ich meinem Kunden bieten? Was ist quasi das Zusätzliche zu meinem Produkt? Und wir überlegen uns dann, wie wir das vermarkten. Das ist nämlich der Sinn und Zweck dieser Aktion. Ganz kurz vielleicht dazu noch, es muss nicht immer was sein, was der Kunde sozusagen rabattiert bekommt oder weniger bekommt. Also er muss jetzt nicht immer weniger zahlen oder sowas, sondern ihr könnt euch natürlich auch überlegen, okay, was passt ergänzend zu meinem Produkt? Also Terrassendächer zum Beispiel haben wir ganz viel gemacht mit solchen Wärmepilzen. Da wird mal ein Kunden, der hat die irgendwo herbekommen, hat er davon 20 Stück noch im Lager stehen und da haben wir gesagt, gut, pass auf, wir machen eine Referenzkundenaktion. Das, was der Kunde bekommt, haben wir als einmaligen Vorteil beschrieben, also überhaupt nicht spezifiziert, einfach nur einmaliger Vorteil reingeschrieben. Am Telefon hat er dann gesagt, ja, wenn Sie jetzt das Dach kaufen, kriegen Sie diesen Wärmepilz dazu. Ich weiß nicht, was sowas kostet, wenn man sich das jetzt neu holt, kommt wahrscheinlich darauf an, ein paar hundert Euro vielleicht. So, und das gab es dazu. Alle waren glücklich, der Kunde hat sein Dach verkauft und es ist eine wunderbare Aktion. Genau. So, der letzte Punkt, bevor wir zur letzten Folie kommen. Genau, Thema Retargeting. Könnt ihr wahrscheinlich gar nicht so viel mehr beisteuern, außer einmal Bescheid zu geben, wenn euch das interessiert. Aber Retargeting ist eine Sache, damit hebt ihr euch natürlich von jedem anderen ab. Also wie gesagt, wenn wir jetzt eine Woche als Zeitspanne betrachten, kommt es darauf an, wie oft sieht euch jemand in dieser Woche? Anbieter A sieht er zweimal, Anbieter B dreimal, euch sieht er fünfmal. Ist, glaube ich, keine Frage, wozu er sich entscheiden wird. Und deswegen Retargeting sollte man nutzen. Die technische Möglichkeit gibt es. Ist technisch auch nicht schwierig. Natürlich, wir machen das jeden Tag und deswegen sagt uns er gerne Bescheid. So, jetzt funktioniert das Gerät wieder nicht, aber ich habe als letzte Folie noch eine vielen Dank Folie. Also viel mehr wird er nicht gekommen.